Da wo ich Cassio gespielt habe, wollten die nicht. Boah, der wollte mich doch am Anfang, so drei, vier... Am Anfang, weil er One-on-One keine Chance hatte und danach haben die gesagt, ey, gehen die Cassio raus und halt die mal ein bisschen auf. Hm, okay. Es ist ein Yasuo-Veteran-Brunzespieler. Viole, Viole, Tigger. Hat er kein Leben oder was? Das ist so viel wie meine, alle zusammen. Die sind fast so schlimm wie Dewey. Wie war ein Dewey? Er hat doch auf seinen 500 oder so... Boah! Wie glaubst du, Digga? Main ist 280. Und auf seinen zweiten... 70 oder so, oder auf 200. Hat er keine halbe Million bei irgendeinen gehabt? Achso, du redest von Champion-Dings, achso... Ja, ja. 800.000 auf Thresh? Boah. Glaub ich? 800.000 auf Thresh, aah! Ich glaub schon, ich glaub schon. 800.000, das sind mindestens 800 Games. Also... Sagen wir mal 1000 Games, so ey, übel. Du hieß auch ein OTP-Spieler. Ja. Ja. Ja, aber so phasenweise. Mal hat er so ne... Thresh-Phase. Brand. Sion. Ja, aber... Brand hat er auch vor viele Spiele. Hat er auf glaube ich 400.000 oder so. Annie. Hatte der früher so... Also... Aber Sion war immer dabei. Sion war immer dabei. Okay. Mhm. Dreck auf Lane? Ja. Okay, das ist ein Kassio mit Teleport. Pfff. Das wird eklig, hein? Das wird richtig eklig. Die pushen echt schnell die Lane. Boah ey. Gegen Yasuo hab ich jetzt schon keinen Bock. Guck mal, wie er sich den Honor ergeiern möchte, ey. Er hat doch geschrieben, wieso keiner ihn geornert hat. Chat. Dieser Hurensohn. Guck mal, né? Hehehe. Beppert. Okay, Bottling, okay da. Achso. Ich muss keinen Knobel. Wir müssen die Soraka fokussen, nein, sie kann biegen, bitch, übel hochheilen. Mann, nervt mich jetzt schon, ey. Ach du Mistgeburt, ey. Voll nervig, das war, sorry, Alken. Voll laut. Gut. Die Farbe gut, ey. Ich kann sie holen. Ach du siehst. Nei. Ah, das ist... Das bitch, man. Was ist denn so rein, Alter? 300 Gold noch. Pass auf, ey, ich geh zum Dreck. Hier, teleportet einer. Die Cassio. Hast du gut, wer du hast genug Mana? Nee, alles gut. Ich baue noch 150 Gold. 100 Gold. Die Wave noch, dann habe ich einen BF. Wieso ist das so ein hässlicher Champion, ey? Oh, was? Gott. Der Silence fällt natürlich richtig gefickt. Ich habe das mit dem Moment nicht geleistet. Ich habe das mit dem Moment nicht geleistet. Ich habe das mit dem Moment nicht geleistet. Nein, Leute. Ich habe das mit dem Moment nicht geleistet. Aber ich werde das mit dem Moment nicht geleistet, Okay, nein. Ruhiges Spiel bis jetzt. Ah, so ruhig sie mal durch, ah ok, die sind schon da. Oh, du bist jetzt reingepuscht. Die kommen. Ah, schade ey. Geh weg. Komm. Ist immer noch weg, ich kann, der kommt ne, der will vielleicht bot ganken, pass auf ne. Ah, ist wieder so. Ah, boah. Bist tot? Nein. Sehr gut. Der Arschschlampe. Kann eigentlich drauf, ne? Ah, boah. Ah, boah. Ich doch am Arsch, ey. Fuck man, es war nicht gut. Ja, ist tot. Scheiße, man. Ich hätte keine Ulti gehabt, die gegen. Ja. Die sind auch beide 6 geworden. Währenddessen. Geil. Buck hat geregelt noch. Wo hast du den Kill her? Gegen Yasuo? Wir haben 1 und 1 getauscht. Nice. Ja, eigentlich nicht, ey. Der kriegt ja Gold dafür. Ah. Fuck man. Nee, nee. Gegen die Anker bringt nix rein. Kassel ist zu stark, Digga. Farmen. Farmen. Und später. Farmen. Was? Ah. 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 Was ist das für ein Buster-Champ, ey? Also geht runter. Gleich. Was? Vielen Dank. Baut man überhaupt Schuhe auf Yumi? Habe ich mal gemacht. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich bin eh nicht am Bewegen. Cooldown-Schuhe oder was dann? Damage natürlich. Damage natürlich. Nee, weil die Items, die ich baue, ich kriege ja sowieso 40% Cooldown. Oh, wir können uns zurücklehnen. Das Team Regeln, ey. Okay, ja, einfach farm. Ach so, what? Ja. Ich wollte, oder ich wollte. Ach, aua. Richtig ekelhafte Lane, ey. Ach so, so ein Caster auf der Borderline, ne? Hm, auch noch mit so Raka, so. Ja. Ekelhafte ist ganz schön, ne? Mitte fehlt, ne? Außen. Mitte ist weg, ich weiß nicht, wo der ist. Ticker. Alles unten, passt auf. Renn, 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 das ist okay. Fuck, Alter. Oh Gott, dieser Drecks-Champ, Mann. War nicht früh genug da hin, ne? Was für ein Drecks-Champ. Kann einfach da durch die halbe Map ziehen, wenn da Minion stehen ist. Was für ein Drecks-Champ. Was für ein Drecks-Champ. Was für ein Drecks-Champ. Machen die, ne? Mh. Mh. Oh ja, die machen die gerade. Oh, gut. Jetzt Ulti raus. Okay, die sind echt ein bisschen zu stark, halt. Ja, scheiß drauf. Ach, der Kassi hat keine Ulti, ne? Okay. Back, du musst Schuhe kaufen. Ich komm runter. Gott! Ach, du Scheiße. Hab mich voll gefickt. Inhalb von einer Sekunde. Was? Was? Ey, auffassen, auffassen. Mit so viel? Diese Wichser, man. Ja, ja. Aber die ist nicht so lang, ey. Die muss richtig nah ran. Ja. Kann Kion, ich kann Kion. Okay, reicht. Nur auf die Sorakalle, Mann, die Schlampe. Da in Toplane, gut kaputt, Mitte ist auch gut, gleich da. Müssen wir halten. Ich warte. Diese Hure, Mann. Ich verliere ja auch XP, weil die... Oh Gott. Weil ich nicht mal so nah ran kann, ey. Aber ich bleib geduldig. Wie immer. Er will switchen? Okay. Geil. Nee, bleib, bleib, bleib. Können die töten, Digga. Victor kommt. Oh Gott, ne. Hey, Deku, kann man ihm helfen? Ich komme den Fluss hoch. Bug. 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 Teamplay, Digga. Teamplay. 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 Ich mache eben die Crux. Das ist gefährlich Top. Richtig Minusgeschäft. Guck mal hier Top Lane Switch. Richtig Minusgeschäft. Was soll ich hier oben machen? Wir können in die Mitte gehen. Aber wir bleiben Top. Vielleicht kann ich den Ohren. Ich habe noch keine Ulti, aber gleich. Aber wir können ihn noch nicht töten. Ist da eigentlich gerade ganz gut, aber. Fernl? Wir sind nur zu zweit, ey. Wir sind nur zu zweit. Könnt ihr den sehen? Pushen top schnell, oder? Nutze ich das? Ach, die haben schon zwei. Ja, Tati haben wir ja gegen den. Komm. Okay. Der Yasuo kommt mir doch entgegen, ey. Yasuo ist hier. Kein Ding, Digga. Kein Ding, Digga. Gut Job Jungs, ey. Tika. Oh, das ist sehr schön, ey. Ohren konnte nicht schnell genug mit. Haben die richtig outplayed? Ja. Ich glaube, es ist heute unser Tag. Es ist soweit. Endlich ist unser Tag gekommen. Ich will es nicht zu früh sagen, aber ich glaube es ist unser Tag. Du schlafen nicht, oder was? Wie du das hast, oder wie? Okay. Komm. Oh, ich bin so vertot, ey. Okay. Ich kicke ihn weg. Oh. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn nicht für tot. Hinter dir ist die Sinn. Pass auf. Oh, du Wichser. Hol ihn dir einfach, hol ihn dir einfach. Oh, was? Ich habe keine mehr. Oh, der Erste. Fick dich, Mann. Egal, das ist gut. Wir haben doch ein Tor über Tor. Ich hätte fast zwei Kills bekommen, ey. Ganz gut abgelenkt, ey. Fast zwei Kills gewesen. Fuck, Mann. Wollen wir gleich mit den Dudes flexen? Nee, nee, nee. Ist nie eine gute Idee. Die werden bestimmt Freundschaftsanfragen schicken, ey. Auch wenn die gut sind. Mit denen im Team kriegen wir ganz andere Gegner. Stimmt. Ah. Sieht gut aus itemmäßig. Nice, ey. Bin wieder gut dabei. Kassio hat 170 CS. Übel. Itemmäßig ist sie aber nicht so. Ich habe auch zwei Items. Zweieinhalb. Oh Gott. Der ist drinnen. Der ist drinnen. Der ist drinnen. Oh Gott. Kassio holt hier raus. Ja, ich bin fast da. Der ist auch da. Okay, Jals wurde mal nicht gut auf. Pass auf, Jals auch auf, Digga. Der fickt mich ganz. Check. Alles klar. Gut Job. Boah, der Ohren. Der Ohren. Der fickt mich jetzt. Ah, der Wasser. Der hat's voll auf mich abgesehen, Mann. Wie du ihn einfach nicht totkriegst. Was für ein Dreckschamp. Ja, ist auch so, Mann. Wir müssen das eigentlich schnell banden, bevor der wirklich... Ich habe mir so ein Video gesehen. Da hatte Ohren richtig gefeated, Digga. Der hat verstanden wie... 3, 9 oder so. Hat gegen Irelia gelandet. Irelia war irgendwie 8. Oder so. 3 Level Vorteile. Und dann hat er einmal 1 gegen 1 mit Irelia gemacht. Und hat's weggehauen. Ja, ich kenne das. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Adi spielt ja immer Ohren. Ich habe mit ihm ein paar Ranks gespielt und... Auch wenn er Lane verloren hat. So nach Lane Phase. Teamfights. Auch... Macht einfach unnormal viel Damage. Einfach nur hier Dings. Äh, Sunfire. Einfach nur Sunfire. Ticker sein W. Sein Passiv. Mach 18% vom Maximum Leben von Gegner. Schaden. Ja. Bei Ohren muss ich immer hier an Dashaun denken. Da hat er einmal so gekleppt. Kennst du das? Ähm... Den Sunskill? Der hatte halt jemanden besiegt und dann... hat er so mit den Händen... so wie Ohren halt so gekleppt. Okay. Ich krieg den Nerf. Ähm... Push mir einfach vor. Kein Schaden auf den Typen. Egal. Tower. Weiterein. 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 Yumi und hier... mein Sprung... ist schon nice. Also hier die Yumi Old und mein Sprung. ist schon... krass, ey. Yumi mit jedem ist gut. Ja. 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 Zeit-Steps, Digi. Ich will... Ich will ja nix sagen, ne? Aber mit... Wie viel tausend Punkt hat der Typ gehabt? 400. Fast. 380. 390. 390. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Wie viel tausend Punkt hat der Typ gehabt? Ja. Der hat auch... Ja. Was erwartest du denn hier in Bronze Silber... Ähm... Nein, der war nicht gut, ey. Normalerweise habe ich voll die Probleme gegen... wie viel tausend Punkt hat. Ja. Ja. Ja.